Liebe Schalker, ihr seid die besten Fans der Welt. Das zeigt ihr nicht nur bei unseren Spielen, sondern auch abseits des Fußballplatzes. Viele von euch engagieren sich ehrenamtlich und denken dabei nicht nur an sich selbst, sondern auch an unsere Mitmenschen, die Hilfe benötigen. Ihr seid in ganz vielen Bereichen aktiv. In Vereinen, euren Schulen oder Kindergärten, Städten und sozialen Organisationen. Wir finden euer soziales Engagement großartig. Und deswegen unterstützen wir unseren Hauptsponsor Gazprom bei der Aktion, weil du es verdient hast. Ihr seid selbst sozial aktiv oder kennt jemanden, der sich für andere Menschen einsetzt? Dann seid ihr hier genau an der richtigen Stelle. Macht mit, denn ich finde, ihr habt es verdient.